Hi! Ich würde empfehlen, dass man einen optischen Aufsatz nimmt, also z.B. ein Rotpunkt oder ein Reflexvisier. Das ist eigentlich der Unterschied, das check ich mir. Überhaupt kein Unterschied, nur dass man eine andere Achievement bekommt. Ja, oder auch ein Arquark-Visier, aber mit dem kann man halt langsamer scopen. Die Pharma ist eine sehr gute Waffe, weil die kaum Rückstoß hat und auch sonst sehr schnell killt eigentlich. Und eben das optische Aufsatz ist hilfreich, weil ich finde die Zielvorrichtung nicht so gut. Ist Geschmackssache. Ja, und ansonsten als Perks nimmt man am besten Plünderer, weil bei mir ist die Muni ziemlich schnell leer gegangen, wenn man halt hohes Tweak bekommen will. Und man nimmt als zweites am besten Flinkheit, damit man schneller nachdrehen kann. Und dann, wenn man mehrere Gegner um sich herum hat, ist das natürlich ziemlich hilfreich. Und als letztes nimmt man dann z.B. äh... Ja, was könnte man da nehmen? Ähm, Chidenfer, weil dieses... Äh, das dritte Perk. Achso, das Perk. Äh, Marathon. Ja, Marathon. Ja, wenn man rushen will, dann natürlich Marathon. Aber mit der Pharma will man meistens nicht rushen. Habe ich sie zwar gemacht, aber es sind ja nur Bots, ne? Und, äh... Der ist übrigens sehr dumm, der Bot. Ich fehlte aber auch jetzt richtig in den Sack geschossen. Bats! Das war eigentlich auch vorbei. Ah, das tut weh. Okay, letztes Perk war noch... Würde ich Hacker empfehlen einfach, damit man dann... Feindliche Sachen töten kann, also... Ja, dann stirbt man nicht durch Claimers oder so'n Scheiß. Okay, äh, jetzt stelle ich Väter ein paar Fragen, die er nicht weiß. Ja. Yay! Okay, nun wollte ich mal das vor auf dem Mikro. Okay. Ähm, ja. Welche Farbe magst du am liebsten? Das ist wirklich eine sehr schwere Frage. Äh, Frage. Also, ich mag dunkleres Rot. Also jetzt nicht kelles Rot, sondern dunkleres Rot. Okay. Also, weil Böller sind rot eingewickert und ich finde das... Ah, ja. Okay, sehr interessant. Und was hältst du von Schwarz? Schwarz ist eine schwarze Farbe. Und... also eine dunkle Farbe. Wow, 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 wow. Nein, nicht rassistisch werden hier. Also, schwarze Leute mag ich übrigens. Ja? Und... Kennst wahrscheinlich keinen einzigen. Doch, mein Nachhilfelehrer Schwarz. Ja, ich nehme Nachhilfe Französisch. Haha! Nein. Ähm, ja. Nächste Frage bitte? Genau. Ähm, welches Land würdest du am liebsten reisen, wo du noch nicht warst? Ähm, ich war bisher in Deutschland und Niederlande. Haha. Ich würde... Ich war in... nein, das erzähle ich jetzt nicht alles auf. Sag mal. Ich würde, glaube ich, nach Amerika reisen, weil es da sehr... Amerika ist kein Land. Amerika ist ein Kontinent. USA! Eigentlich sind Amerika, sondern zwei Kontinente. Ja, okay. USA und warum? Ähm, weil es da halt viele verrückte Sachen gibt und da eine Freundin vor meinem Freund wurde. Also, die Tante. Ähm, sinnlos? Und bei dir könnte ich dann übernachten. Ja, und deswegen bist du denn reisen, weil da deine Tante wohnt. Nein, aber... Äh... Ja, okay, macht keinen Sinn. Äh, warst du schon mal auf einem Tagebau? Was ist denn das nochmal? Sowas wie das hier auf dieser Map. Haha. Deswegen bin ich auch darauf gekommen, mit diesem Schaufelrad-Bagger da im Hintergrund. Achso. Ja, ich war mal auf einem Tagebau mit meinem Vater. Da haben wir geguckt, wie so der größte Bagger in Deutschland... Oh, jetzt komm, jetzt beugt dich was weiter vor. Ja, nein, ich beugt dich an dem Ding. Ich beugt dich an dem Ding. Und... Jetzt beugt dich! Ja, ich bin doch schon dran! Ähm... Jetzt bist du schon wieder. Nein! Ich will das Ding halt nicht in den Mund nehmen. Und... Ähm... Ja. Und... Ja, jetzt mach ich aber noch ein paar Kills. Insgesamt hab ich in dem Leben 28 Kills. Unnötig! Ähm... Ja, und... Mein Vater ist unnötig. Ja, und... Hi Papst, falls du das siehst, ist das nicht so gemeint. Und... Ähm... Ja, ich war dann halt so mit so einem großen Bagger da. Da saß ich halt da oben drauf, während die über die Straße gefahren sind. Das bin ich nicht richtig. Sei stolz auf dich. Nein. Das war scheiße. Äh... Was war das allererste Handy, das du hattest? Ähm... Ein Samsung... Jetzt beugt dich doch mal davor. Ein Samsung... Und... Ähm... Das... Ähm... Ja, jetzt mach... Ja, ich muss überlegen. Ein Samsung... Es war kein Touch, es war so ein... So ein Nokia halt... Also... Nicht ein Nokia Touch, sondern halt so eine Art wie ein Nokia auch ziemlich unkaputtbar. Ah ja... Ja, ich liebe... Ich liebe diese alten Nokias, ehrlich gesagt. Ich hab immer noch so eins. Weil ich hab ein iPod und so ein altes Nokia, das kommt mir ungefähr... 500 Euro billiger als wenn ich ein iPhone kaufe. Aber es hat die gleichen Funktionen. Zusammengenommen. Ähm... Ja... Bist du schon mal vor einem Baum gefallen? Nein. Ähm... Was hältst du von Elefanten? Töre... Äh... Sie sind grau und ich mag sie eigentlich relativ, denn sie essen gerne Nüsse und ich finde das witzig, wie sie Nüsse runterschlaugen so... Was hältst du davon, dass Elefanten gejagt werden und ihre Stoßzähne abgenommen werden? Tötet es, bevor es Eier legt. Ähm... Was hältst du von diesen roten Fässern in Call of Duty? Ähm... Explosiv, Vorsicht, Leute nicht drauf schießen, es könnte töten... Nein, ich meine was, ob du das gut oder schlecht findest, dass es die gibt. Ja, ich find's gut. Warum? Weil es Spaß macht. Manchmal... Manchmal sitzt ich abends mit meinen Freunden vor der Blazey und... Schießt dann abwechselnd mit der Pistole drauf und wer... Bei wem's explodiert hat, verloren. Oder so. Oh, der hat gewonnen. Oh ja. Nein. Deine Lieblingswache in Call of Duty, außer die Farmers und die Galil. Das heißt, außer Sturmgewehr, sagen wir mal. Ähm... Ich würd' sagen, die ähm... Wie heißt sie jetzt? Die Scorpion. Warum? Weil die... Weil die mit ähm... 30 Schuss hat ungefähr und sie sind auch relativ stark. Und die kann man auch schön hin und her schwenken. Aber nur auf kurze Distanz ist sie stark. Ja, das stimmt. Deswegen hab ich auch meistens drin, ähm... Die RPG als zweites Ding. Weil ich dann halt schön direkt hinterher schießen kann. Ach so. Äh, ja. Auf Langstrecken. Was war dein höchstes Tweak in einem Online-Spiel in Black Ops? In einem Online-Spiel hatte ich... Zweimal Kisten geklaut. Einmal wie, äh... Heind drin. Also Kampheli und... Ähm... Hunde. Und dann hatte ich irgendwie... Glaub ich am Ende irgendwie... 56 zu... 10 oder so. Na, das bezweif ich aber. Nein. Ja. Aber das kann man jetzt leider nicht mehr sehen, weil ich halt auf Prestige-Mode gegangen bin. Und jetzt... Ja, das kann man trotzdem sehen. Nein. Das war alles falsch. Könnte man gar nicht im Kino-Modus, ja. Könnte man mal sehen. Ja, das ist bisschen länger hier. Äh, ja. Ähm... Ähm... Was hältst du vom Zombie-Modus? Ja. Ich finde die Zombie-Modus eigentlich ganz schön, aber es geht mir dann ziemlich auf den Sack, wenn dann gewisse Freunde von mir, ähm, die ganze Zeit nur... Äh, Zombie-Modus, bitte! Wir haben jetzt schon die ganze Zeit Team Deathmatch und gegeneinander habe ich eh keine Chance gegen dich. Und... Ja, aber das ist doch durchaus verständlich, weil du ja der absolute Pro bist. Ja, im Gegensatz zu meinen Freunden, ja. Echt. Doch. Und... Ähm... Ja. Gut. Ähm... Nächste? Wie alt ist das älteste Mitglied deiner Familie? Ich glaube... 78. Kennst du irgendeinen Sportler? Ähm... Usain Bolt? Damian? Tsss... Kerstl? Äh... Äh, Takeshi's Kerstl? Okay, das ist kein Sport. Magst du Stacheldraht? Er piekst und deswegen mag ich ihn nicht. Und was ist mit deinem Vater? Dazu möchte ich jetzt keine Angaben geben. Was ist mit weißen Rohren? Weißen Rohren? Rohre, die weiß sind. Ja, sie sind weiße Rohre. Rohre sind nützlich. Ja, was machst du da? Was hältst du davon? Die sind einfach Rohre in weiß! Mein Gott, was soll man dazu sagen? Ja gut, das war's mit unserer Random-Fragerunde. Ziemlich random, ich weiß. Und auf Wiedersehen.